Musik Guten Tag. Thomas Reimer. Reimer. Chetikaya, Hörder Stadtteilagentur. Wie ist die Reaktion der Bürger auf die Umwandlung in Hörde? Ja, die Reaktionen sind natürlich wie bei jedem Umwandlungsprozess sehr vielfältig. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen, aber insgesamt, das was wir bisher erfahren haben, ist, dass die Bürger sehr positiv eingestimmt sind auf diese ganzen unterschiedlichen Veränderungsprozesse, die hier stattfinden. Ich glaube, am Anfang, als die Idee aufkam, hier in Hörde einen See zu machen, also den Phönixsee zu machen, ich glaube, da waren die Leute noch relativ skeptisch, dass das überhaupt gelingen würde. Und da hat man sich schon gefragt, was ist das denn eigentlich für ein Projekt? Und ich glaube, mittlerweile sind, nachdem vor allen Dingen letztes Jahr der See dann geflutet wurde, sind die Hörder, glaube ich, sozusagen mit draufgesprungen und sagen mittlerweile, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und dass diese Identifikation der Bewohner mit den baulichen Veränderungen und auch mit der Infrastruktur noch besser wird, dafür sind wir auch da als Stadtteilmanager. Wir wollen ja, dass die Bürger sozusagen sich mit diesen Einrichtungen oder mit diesen Ummaßnahmen viel stärker identifizieren. Wie finden Sie hier diesen Bahnhofsumbau? Sehr gut. Das hätte schon viel eher passieren müssen. Ja? Zehn Jahre später oder 20 Jahre sind sie ja damit schon zu Gange. Haben Sie gemerkt, dass hier auf dem Bahnhof renoviert wird? Natürlich. Ist ja von der Unfall, kennen wir, oder? Noch kann ich gut gucken. Wie finden Sie? Gut. Ja, man muss abwarten, wie es wird. Und dann wird man sehen. Ich habe gerade gesagt schon, wenn ich angesprochen, wenn ich durch Hörder gehe, werde ich angesprochen. Und mittlerweile ist das für einige schon gar nicht mehr so ein freudiger Bau. Wenn die von der Richtung Klamberg kommen, von der Bendikoffer Straße, dann schaut man, wie es mal wird, weiß ich nicht. Nur auf eine geschlossene Mauer, ohne Fenster. Es ist also wie eine riesige neue Stadtmauer. Ein Riegel ist das da jetzt. Und das wird noch nicht so ganz so schön empfunden. Ich will noch nicht so viel sagen, weil ich noch nicht weiß, wie es dann endgültig mal wird. Aber hinterher wird man keine Löcher mehr reinmachen, sage ich mal. Es soll ja auch schon negative Resonanz aus der Bevölkerung gekommen sein zum Hörder Bahnhofumbau, der auch als Betonwand bezeichnet wurde. Haben Sie schon davon was gehört? Ich selber habe davon noch nichts gehört. Ich glaube, man muss sich am Ende das Projekt insgesamt, wenn es fertig ist, mal anschauen, wie es denn tatsächlich wird. Und auch da glaube ich, dass die Hörder am Ende sagen werden, oh, das ist aber toll. Da ist eine grüne Ding. Was macht ihr denn hier jetzt alles so genau? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich bin ja nur der Fahrer hier von dem Auto. Ach so. Haben Sie es denn gemerkt, dass es umgebaut wird? Gemerkt habe ich das schon, klar. Aber ich weiß jetzt nicht direkt, was da hinkommen soll. Also so wie ich gehört habe, soll sehr wahrscheinlich ein Einkaufszentrum da rein, also McDonalds oder... Ehrlich? McDonalds? Das wusste ich gar nicht. Es kann natürlich auch möglich sein, dass Bürgerkrieg dort reinkommt, ein Rewe, ein Schuhgeschäft. Ja, obendrauf soll, glaube ich, das Parkhaus kommen, weil da hinten am Baumarkt, das soll weg, da soll ein Busbahnhof hin. Für die Bürger hier in Hörde, würde ich sagen, ist das schon gar nicht mal so schlecht. Kommen Sie auch aus Hörde? Ich wohne direkt hier in Hörde, ja. Hier ist dieses neue Gebäude, in dem der Bahnhofhörde auch integriert ist. Neben dem Bahnhof und U-Bahn-Zugang werden ja verschiedene kleinere Läden im Erdgeschoss eingerichtet. So eine Fastfood-Kette, ein Drogeriemarkt, ich glaube ein Kiosk, so kleinere Einrichtungen. Dann gibt es in der zweiten Ebene ein Parkdeck und darüber dann ein neuer großer Rewe-Laden. Auch da ein Glücksfall, dass ein Investor gekommen ist, der diese gesamte Fläche bebauen wird. Wann ist das so genau fertig, so ungefähr? Der Wirt im Juni will er eröffnen und da lassen wir uns überraschen. Wie finden Sie denn den ganzen Bau hier? Auch den Umbau finde ich ganz gut. Vorher war es ja, ich sage mal auf Deutsch gesagt, kein Bahnhof für mich. Ich bin immer hier vorbeigefahren und dann habe ich immer gesagt, was ist, da sagt mein Chef, wo ist denn der Bahnhof? Ich habe den Laden am Bahnhof, wo ist denn der Bahnhof? Ich bin nicht mehr vorbeigefahren, für mich war das eine Pommesbude. Und heute finde ich den gut, erst mal. Wissen Sie auch, dass hier ein Zentrum gebaut wird? Ja, weiß ich auch, da kommt Rewe rein, da kommt McDonalds rein. Burger King. Burger King, ja. Die Geschichte ist gut, dass hier was passiert, dass hier auch es aufwärts geht, dass große Geschäfte hier hinkommen, dass hier richtig mal Leben hinkommt, das finde ich schon in Ordnung, aber da bin ich ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Auch als ich mir die Planung angesehen habe, verfolgt aber mit der Straßenführung, da sollte man einen Busbahnhof machen, das geht ja wohl jetzt wegen dieses Bahnhofsgebäudes, sage ich mal, als Laie, nicht mehr. Und jetzt werden die weiter so in Reihe stehen, wie sie jetzt stehen. Und auf die Fahrbahn werden dann die Radfahrer geleitet. Also da schüttelt sich so ein bisschen, ich bin Autofahrer und Radfahrer. Hier kommen drei Bundesbahnlinien, 13 Buslinien, drei Nachtexpresslinien und die U-Bahn zusammen. Das ist der größte Haltepunkt im Dortmunder Stadtgebiet. Deswegen haben wir vor, eine durchgehende Busspur einzurichten, mit verschiedenen Haltepositionen. Damit werden die Wege kürzer und ein Kreisverkehr, wo dieses neue Gebäude angeschlossen ist, dass der Fußgänger dann gehen kann, wenn er möchte, erst durch die Zebrastreifen bevorrechtigt und dass wir insgesamt nur noch dann 30 kmh zulassen. Und wann genau soll die Umgestaltung abgeschlossen sein? Wir wollen im Februar anfangen und das wird circa ein Jahr dauern, dass wir im Frühjahr dann 2013 hoffentlich dann hier, wenn die Wittung mitspielt, fertig sind. Haben Sie auch schon erste Rückmeldungen von Bürgern bekommen? Wir haben Anfang des Jahres eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Die haben die Planung sehr positiv aufgenommen, weil man sich auch erhofft, dass man nicht mehr so zwischen den einzelnen Wartepositionen der Busse laufen muss und insgesamt dann auch schneller die Straßen queren können. Und dafür wird man dann 30er-Zone machen. Ob es eine Lösung ist, weiß ich nicht. Hier 1927 hatte man mal ganz was Tolles vor. Der Plan stammt aus der Zeit, so sollte der Bahnhof einmal aussehen. Aber das ist nie verwirklicht worden. Ganz im Gegenteil, im Krieg hat er dann einen Treffer bekommen und dann hat man die Nägel mit Köpfen gemacht und hat eine ganz abgebrochen. Und das ist jetzt hier aus den 50ern, die Abbruchzeit von der Bahnhofstraße aus. Der Phönixsee. Was war an der Stelle des Phönixsee, bevor dort der See eben angelegt wurde? Ja, das war ja dieses riesengroße Werk, fing klein an, 1840 mit der Mehrmann Dietrich Piepenstock, der eine kleine Hütte da erst gebaut hat und die ja eine Erfolgsgeschichte war, die expandiert ist. Und 1963, machen wir den Sprung mal schon, da war dann dieses große Oxygenstahlwerk, was da gestanden hat bis zuletzt und da haben alle gemeint, jetzt ist die Werkszukunft gerettet. Hier unten ist unsere Burg und dahinter ist ja praktisch jetzt das Hafenbecken und dieses war jetzt das Oxygenstahlwerk in den 60er Jahren etwa. Und hier 98 Hektar war die große Werksfläche, darin ist jetzt 24 Hektar Seefläche entstanden und hier rundherum in dem Bereich hat die ganze Wohnbebauung statt oder findet da noch statt. 2001 war ja dann die Stilllegung mit Tränen in den Augen bei den Arbeitern. Ich war da auch eingeladen zu der Stilllegungsgeschichte und das war schon ein bisschen, man konnte es nicht glauben. Als sie dann mit dem See, mit der Planung anfingen, da haben viele auch gesagt, die Spinnen, das wird nie was. Das war ja tatsächlich so. Ich habe auch ein bisschen bedenklich geschaut, weil man wusste, was da für Untergründe sind, für Fundamente und so weiter. Hier oben standen die Hochöfel, da wurde der Stahl, das Roheisen geschmolzen aus Erz und Koks, mit einer offenen Bahn, mit einer offenen Mulde hier rübergefahren, mit dem feurigen Elias und hier dann veredelt. Aus Roheisen wurde da Rohstahl. Dann kam die Erfindung dieser Thomasbirne, dieses großen Gerätes. Da wurde dann das Roheisen vom Hochofen kommend reingeschüttet, von unten Luft durchgeblasen. Da waren das die Fachleute, die sahen dann an der Verfärbung, wann es dann gut war. Dann schwamm oben dann die Schlacke drauf und unten war dann das Roheisen drin. Und das wurde dann hier abgegossen in Kokillen, das waren hinterher Blöcke, die man wieder heiß machte, um daraus Bleche zu walzen oder was zu schmieden. Oben ist ein altes Banner, so hieß es mal, Dortmund-Hörder-Hüttenunion. An jedem Tor hingen dann diese Stechuhr, diese Stempeluhren. Jeder hatte seine Karte mit Namen, Monat und so weiter drauf. Beim Ausgang musste dann wieder gestempelt werden. Dann kam er eine Viertelstunde zu spät, dann kriegte er die auch ab. Also fünf Minuten, dann kriegte er schon eine Viertelstunde abgezogen. Das waren hier die tollsten Produkte, die hier für meine Begriffe hergestellt wurden. Schiffskurbelwellen. Schiffsbleche gab es ja hier. Anker wurden hier, ein eigenes Patent für Kippanker gab es hier. Und das waren die Schiffskurbelwellen, zwölf und noch mehr Meter lang. Und die auf ein Hundertstel Millimeter stimmte das, um die Kolben, um die Schiffshübe da zu bewegen. Das war für mich also fantastisch. Aber das ist leider dann aufgegeben worden, als man dieses Oxygenstahlwerk nur noch die dicken Sachen da praktisch gemacht hat. Wo finden Jugendliche in Zukunft interessante Gebiete für sich? Ja, das ist ein Thema, das ist in ganz, ganz vielen Stadtteilen ein großes Problem. Im Zentrum selber haben wir etwas Vergleichbares nicht. Gab es auch Reaktionen von Jugendlichen zu den Umbau und Hörde oder Beteiligung der Jugendlichen an den Plänen? Im Grunde kann ich dazu sagen, dass die Jugendlichen im Visier sind. Wir haben zum Beispiel Möglichkeiten, mit Jugendlichen Sitzbänke zu gestalten. Es gibt diverse Einrichtungen von Kirchen, von den Kirchen, auch wirklich ganz fortschrittliche, sehr gute. Und wir wissen, dass gerade für Jugendliche die Angebote noch nicht ausreichend sind. Wir wollen jetzt mit auch anderen Akteuren, mit den Kulturleuten, wollen wir viel mehr Jugendliche einbinden und auch die Wünsche abfragen, was wollen sie und wie soll das gestaltet werden? Im Rahmen dieses Stadtumbau-Projektes, was sich auch mit, ich sage mal, Einzelhandelsfragen, sozialen, kulturellen Fragen beschäftigt, haben wir auch vor, ein Angebot sozusagen eine aufsuchende Jugendarbeit zu machen. Dass viele Jugendliche, die nicht so genau wissen, wo sie hin sollen, dass man sozusagen zu denen hinkommt. Wenn ich als Hörderbürger mich einbeziehen möchte in die Gestaltung meines Stadtteils, wie kann ich das machen? Da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen. Also zunächst muss man sagen, wir selber als Hörder Stadtteilagentur haben zwei Büros, wo man uns aufsuchen kann. Hier jetzt in der Alfred-Trappen-Straße, wo wir uns gerade befinden, da haben wir regelmäßige Öffnungszeiten. Und wir werden ein zweites Ladenlokal auch haben am Hedbrink, Ecke Graudenzer Straße. Da werden wir dann entsprechende Vorschläge, die die Hörder mitbringen, dann eben halt auch aufnehmen und die eben halt auch an die verantwortlichen Planer, beispielsweise bei der Stadt Dortmund, dann auch weiterleihen können. Das andere, die andere Möglichkeit ist die, dass wir öffentliche Veranstaltungen machen werden, Informationsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen. Da kann man sich in der Form beteiligen, dass man mitdiskutiert, dass man dort Vorschläge macht. Wir haben am Friedrich-Ebert-Platz eine Umgestaltung und dort haben wir zum Weihnachtsmarkt eine Beteiligungsrunde durchgeführt mit den Bewohnern und Bewohnerinnen. Ein Beispiel ist, das ist dieser Weg, wo diese Spielpunkte dargestellt sind. Und da sind auch so Bänke und das ist so ein Angstraum für insbesondere auch ältere Herrschaften und auch junge Frauen. Die gehen nämlich gar nicht diesen Weg hier so gerne lang, weil er so dunkel ist. Sie gehen eher lieber außen herum. Und da war eine Idee, die ich sehr plausibel finde, ob man da nicht so ein paar Laternen hinstellen kann. Welche Veränderungen wünschen sich die Hörder Bürger noch? Ich denke, was man insgesamt herstellen muss, ist, dass die Hörder City, aber eben halt auch die anderen Teile, die anderen Quartiere hier in Hörde, vielleicht noch ein bisschen besser an den See auch angebunden werden. Leider kann man ja in dem See nicht schwimmen. Ich glaube, das wäre gerade etwas gewesen für die Jugendlichen auch. Da hat man allerdings gesagt, das geht nicht, weil sonst der See relativ schnell umkippt. Aber man wird sicherlich gucken müssen, wie die Freizeitmöglichkeiten in und um den See herum verbessert werden kann. Bis zum nächsten Mal.